Mitleute, herzlich willkommen beim Drachen. Wie ihr sicherlich auch mitbekommen habt, hat Etzala, eine meiner Lieblingsbands, Ramlord, ihr drittes Album. Kommt jetzt dann in der Zeit vom 8.4. bis zum 17.6. Ja, und ihr habt Etzala eine kleine Ansage an euch, kleinen miesen Mistschweine. Wir Ramlord planten nämlich ein Community-Projekt mit euch. Und zwar der 11. Track, also der letzte, auf dem 3. Album, also das Album, was jetzt kommt von Ramlord. Da der letzte Track, das ist der 11. Track Etzala, das wird ein Community-Text. Da könnt ihr mitschreiben. Alles, was ihr dafür tun müsst, ihr geht auf Ramlords Discord und schaut in das Community-Projekt. Ja, Etzala, ran an den Speck. Bis dann, euer Rainer. Ja, ihr habt euch, was ihr habt.